portale ganz schnell zu wechseln warum dann hier wo ich bin dein das rote gleich hinsetzt und da oben ein gelbes oder was an hinter unten ja das wird ja aber nichts bringen sonst macht du eigentlich weil ich muss kann ja dass du dein gäbe ist dann gleich da vorne da und ein rotes kann dabei weil dann fliege ich und da ich mache das man nicht jetzt mal es geht nicht das blaue weg sind du musst mir nicht nur den partei da machen wo man das gelbe ja und zwar jetzt das war schon das geht nicht so muss jetzt der würfel hin ach der kommt hier wo ich glaube ich drauf bin muss der hin hier ich meine in dem herunter faule sau diese faule sau wie soll ich jetzt herunter springen wir es gleich jetzt andersrum machen müssen wir müssen das ja trotzdem noch so machen das geht nicht wenn du so durch springst du stirbst ich weiß deswegen müssen wir das gleiche noch mal machen dass mein hellblau ist wenn du bereit bist mach einfach dann schnell das war gar nicht so schwer fand ich das hervor schwerer ppp body Was er gleich gemacht hat, war schon richtig. Nee, es ist falsch. Herr Flash? Was? Den Ansatz, den ich eben gemacht habe, war schon richtig. Nee, es ist falsch. Der ist falsch gewesen. Ich ahne schon nichts Gutes. Ich ahne schon mal erstmal ein Dampfer drauf. Okay, ich gehe mal gucken, was da drüben ist. Mach doch. Okay. Oh, da oben ist noch mehr. Ja, wir müssen es schaffen, bis nach oben hinzukommen. Ey, warum machst du das? Warte. Warte, der Scheiß jetzt. Warte doch mal eben. Ich will mal eben was gucken. Das liegt noch weiter oben. Ah, okay. Warte. Wo bist du? Hey, was machst du denn da jetzt? Warte, ich lasse mich doch mal gucken. Da oben ist da noch mehr Fummelkram. Ja, trotzdem, ich habe das eben noch ganz oben gesetzt. Und du? Lalalala. So. Lauf dich zu drehen. Was ist das für scheiße? So, ja. Da dürfen wir aber noch nicht hin. Ja, erstmal gucken. Da müssen wir aber noch nicht hin. Und dafür wohl noch mal gucken. Nein. Wohl nicht. Komm doch runter. Ne, warum? Los. Was bringt das denn? Setz da jetzt mal da oben wieder hin, wie eben. Ui. Ich weiß, wo er jetzt schon rauskommt. Warte, 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 warte. Okay, drück. Was musst du hier oben? Das. Ähm, ja. Ne, bleib mal hier oben, Kotz. Ne, warte mal. Doch, ich muss wieder runter in meinem Portal umsetzen, damit du den Würfel hier hochkriegst. Tipp ich mal. Ja, aber nicht du. Was wird haben? Da hinten ist nämlich eins. Ja. Ich weiß, da wo ich gerade drüben war, ist auch eine weiße Fläche. Ja, ich weiß. Aber ich kann das nicht. Ich kann das versetzen. Du musst nur machen, dass ich da rüberkomme. Dann spring runter und krall dir das. Ne, du musst erst mal wieder hoch. Das weißt du, ne? Aber ist auch egal. Ja, ne, ich hab doch da ein paar Tage gesetzt. Guck doch mal hin. Bringt er dir. Ja, toll. Und wie willst du jetzt ganz hochkommen? Du musst hier, du musst wieder hier hoch. Das ist auf jeden Fall klar, ne? Ach, da herrscht. Komm ich nur aber nicht mehr. Deswegen kannst du erst wieder dein dunkelblaues hierhin tun. So ein hellblaues. Ja. Deswegen wollte ich herunterspringen, aber nein. Ja, dann mach das mal. Dann spring da mal runter. Und du hast doch deine Portale hier hinten. Ach, du bist ein Vogel, du. Irgendwann jetzt mit meinen Portalen da unten? Du musst auch mit. Ja, wir müssen was rummachen. Boi. So. Jetzt müssen wir aber wieder zurück. Wow. So. Nein. Hättest du so lassen können eben? Nein. Jetzt kannst du mal ganz schnell umsetzen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Was meinst du wieder? Wow. Scheiße. Wo willst du hin? Ja, ich weiß. Ich hab's gar nicht gesehen. Nein, es war. Warte, ich komm mit. Muss da mitkommen. Das dunkle Muster. Mach aber richtig, ne? Ja, mach ich schon. Und wenn du das extra falsch weißt. Oh. Ui. Geschafft. Äh. Ja. Ja. Du bist blöd. Okay, ich will das nochmal sehen. Wir werden euch dabei wehtun. Und das wird mich in Verzickung versetzen. Entschuldigung. Nein, 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 nein. Eigentlich hatte ich ja vor, das Portal da drüben zu setzen und dann mit den Würfeln wieder rüber zu gehen. Ne. Das hätte aber nicht funktioniert. Wie gut kennst du Blue wirklich? Das hätte es einfach mit runter springen müssen. Nein, vertraue ich nicht. Laber nicht. Was schlauert du? Was macht das Ding hier? Schau das Ding aus, ja, Leute. Oh, andersrum. Nice. Musst du auch. Ich ahne schon, nix Gutes. Da. Weil erstmal... Wie kommen wir denn da hoch? Hier. Ach da. Nö. Doch. Nö. Okay, doch. Und tschüss. Oh, springst du runter? Oh, du hast mich geärgert. 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 Okay, dann gehe ich halt da nicht mehr drauf. Jetzt musst du drauf. Nee, du hast es nervt. So, und jetzt musst du das da oben schnell lassen. Hä? Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Das ist da hinten, was du machen wolltest. Ja. Und jetzt... Warum lässt du mir würfel nicht los? Wollte schon. Wollte schon losgelassen. Guck mal, so gut bin ich. Nur mit zwei Portalen, ne? Dich hat man gar nicht gebraucht in diesem Level. Hör mal auf. Wer damit? Ja, warte ab. So. So, auf die Mütze bekommen. Ich betraut sie? Mir. Das war du immer die ganze Portale da jetzt. Winke, winke. Winke, winke. Nee. Hast du das gefurzt oder was? Was? Was eben vorangehört, ob du gefurzt hast. Winke, winke. Hört sich anders an. Ja, komm, wieder hier. Blue, möchtest du etwas sagen? Was willst du? Und, was will ich sagen? Hier. Ach, komm. Na. Okay, jetzt ist gut. Alter, nicht! Geh doch da rüber! Wo muss ich jetzt da rüber? Warum? Lalalalalala. Komm mit. Nicht! Ey, du Pisser, was war denn da? Du bist da durchgegangen, da war doch eine Trennscheibe! Ach, cool, das habe ich nicht gesehen. Oh, bist du ein Vogel, das sieht man doch. Guck mal, was das für... Alter, bist du... Ja, jetzt. Genau, ich habe es nicht gesehen. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Doch. Geil. Meinst du, warum ich dich da durchschicken wollte? Wie soll denn das sonst jetzt gehen? Ja, ich muss erstmal da hoch. Das dauert jetzt erstmal einen Moment. Ja. Guck dir zu. Warte, du bist gleich tot, weil das so ein Ding ist. Warum? Ich weiß nicht warum. Äh. Hm, was soll das denn gehen? Jetzt mal... Ja, schaffst du das da rüber zu springen und dass du da dann hoch fliegst? Habe ich gerade auch schon überlegt. Dass du nämlich dann da setzt, da setzt und dann... Also da hinten und dann da rein springst, rechtzeitig. Dann muss ich das Portal umsetzen, dass ich überhaupt über da hinkomme, weil da... An dieser Wand ist jetzt auch ein Portal. Ja, nee, aber ich sag das, da musst du da setzen, da hinten setzen und dass du ganz schnell da reinkommst. Bis rein da. Okay. Jetzt sind wir ganz hoch. Und... Schwupp. Also ich glaube jetzt die Aktivierung, wenn du da rauf gehst, gleich, die Aktivierung ist das Schutzschild da. Ja, Orange, wir sind allein. Ach. Okay, warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Warte, du... Ich sag nein. Ich war doch schon drin. Ich sag nein. Nein, er muss wieder reinspringen. Ich war da doch eben schon drin. Das war schon richtig, was du da eben veranstaltet hast. Weil dann komm ich da oben nämlich raus. Bäh. Na? Und jetzt raucht du... Ach nee. Das war nämlich schon richtig und du gehst da runter. Super. Ja, ich wollte mal gucken, was du da unten machst für ein Kack. Ja. Oh, oh, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Montagestation erreichen. Siehst du? Darum sag ich das auch zu dir. Weil Siri ist nett zu mir. Ja, ja. Mit Siri hätte ich das schon längst durchgespielt. In 10 Minuten. Ja. Siri, sein schlau. Du bist aber echt zum Penis, ehrlich. Kann ich da nichts dafür, dass du da schon reinspringst, wie ein Idiot? Ja, das war doch richtig, deswegen. Nee. Okay, ciao. Haha.